Hallo meine Lieben bei El Kitchen Jenner 2022. Schön, dass Sie heute wieder dabei sein. Vorbereitet habe ich Gebäck mit Sahnefüllung und Schokolade. Zubereitung, Zutaten wie immer unter dem Punkt Beschreibung, sowohl in einem kurzen Videoclip. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik So meine Lieben, mein Sahnegebäck ist für heute fertig. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Zubereitung hat euch gefallen. Abonnieren, gerne weiterleiten und an der Stelle sage ich bis morgen. Tschüss!